Die neue Kindergrundsicherung ist beschlossen. Das ändert sich für alle beim Kindergeld. Nach den ersten Entwürfen gab es in den letzten Monaten und speziell Wochen wieder viele Diskussionen rund um das Thema Kindergeld und neue Kindergrundsicherung. So blockierte zunächst Familienministerin Lisa Paus von den Grünen ein anderes Gesetz, da sie bisher noch keine Zustimmung für ihre Kindergrundsicherung bekam. Doch das hat sich nun geändert und es wurde eine Einigung erzählt. Was sich ändern soll und welche Folgen das für Millionen Familien, aber auch die anderen Steuerzahler hat, zeige ich dir kurz und kompakt in diesem Video. Herzlich willkommen auf unserem Kanal. Mein Name ist Simon, ich bin der Finanznerd und heute geht es um mehr Geld. Nämlich auf der einen Seite für Familien mit Kindern und auf der anderen Seite als Mehrausgabe für alle Steuerzahler. Denn natürlich müssen mehr Leistungen auch finanziert werden. Und das war bisher noch der Hinderungsgrund, der nun aber laut Finanzminister Lindner aus der Welt geschafft wurde. Und mit den veranschlagten rund 2,4 bis 6 Milliarden Euro im Jahr möchte man einiges beim Kindergeld verändern. Und natürlich möchten wir euch zu solch wichtigen Änderungen wie immer auf dem Laufenden halten. Wenn du also regelmäßig neue Infos, Steuertipps und Videos rund ums Thema Finanzen sehen möchtest, dann abonniere doch gern unseren Kanal. Wir freuen uns auf dich als Teil der gesamten Finanznerd-Community. Starten wir also nun mit den vorgestellten Änderungen und teilen diese grob in drei Teilbereiche ein. Der erste ist Bürokratieabbau und Digitalisierung. Ja, auch das Kindergeld und viele andere Leistungen möchte man jetzt digitalisieren und damit Prozesse deutlich vereinfachen. Auch bisher gab es zwar schon verschiedene finanzielle Unterstützung in Deutschland, die Familien bekommen konnten, bei denen man aber selbst seinen Anspruch kennen oder zumindest prüfen musste. Wer dies nicht tat, aus welchem Grund auch immer, der ging bisher leer aus. Dies wird man nun grundsätzlich ändern, indem zukünftig der sogenannte Familienservice einen Kindergrundsicherungscheck durchführt und anschließend proaktiv die Familien über mögliche zusätzliche finanzielle Ansprüche informieren wird. Damit möchte man vermeiden, dass Familien leer ausgehen in einem Bereich, obwohl sie einen Anspruch hätten, nur weil sie diesen vielleicht nicht kennen oder mit den bisherigen bürokratischen Antragswegen einfach überfordert sind. Und auch die Antragstellung soll in einem weiteren Schritt vereinfacht werden. So wird ein neues Online-Portal geschaffen, bei dem sich Familien registrieren können und ohne Gang aufs Amt elektronisch Anträge stellen können. Dazu möchte man auch Nachweise zu Einkommen und ähnlichem, welche bereits bei anderen Ämtern vorliegen, wie zum Beispiel den Steuerbehörden, direkt im Hintergrund unter den Ämtern austauschen und es Familien damit leichter machen. Ebenfalls weniger aufwendig werden künftig die Nachweise für die monatlich 15 Euro des sogenannten Teilhabebetrags. Der unter anderem für Musikschule oder Sportverein für die Kinder genutzt werden kann. Diese Nachweise können dann auch nachträglich vorgelegt werden. Und auch die 174 Euro aus dem Schulstarterpaket für Bürgergeldempfänger oder Familien mit geringem Einkommen sollen automatisch jährlich ausgezahlt werden, wenn man die Voraussetzungen erfüllt. Und die Voraussetzungen führen uns auch schon zu den Leistungen. Und wir beginnen mit der einkommensunabhängigen Leistung. Diese ersetzt fast 1 zu 1 das bekannte Kindergeld, was die Höhe und Voraussetzungen angeht und heißt dann zukünftig Kindergarantiebetrag. Er wird demnach also auch mindestens 250 Euro pro Monat und pro Kind betragen, wobei die Betonung auf mindestens liegt. Denn bis zur Einführung kann sich der Wert noch erhöhen und später soll er dann gesetzlich vorgeschrieben, alle zwei Jahre überprüft und gegebenenfalls dann angepasst werden, anhand der Zahlen aus dem Existenzminimumsbericht der Bundesregierung und der Preisentwicklung. Hinsichtlich der Auszahlung soll sich aber etwas ändern, und zwar bei volljährigen Kindern, die sich in einer Ausbildung oder einem Studium befinden. Diese bekommen dann den Kindergarantiebetrag, also das jetzige Kindergeld, immer direkt ausbezahlt, solange ein Anspruch besteht. Bisher ist das beim Kindergeld nur über einen sogenannten Abzweigungsantrag möglich und auch nur, wenn die Eltern ihrer Unterhaltsleistung nicht oder nur teilweise nachkommen. Ansonsten wird das Kindergeld eben weiter auch in Volljährigkeit an die Eltern ausgezahlt. Das soll sich ändern. Ergänzend dazu wird es daneben ganz neu die einkommensabhängigen Leistungen geben, welche Kinderzusatzbetrag genannt werden. Darunter möchte man einige verschiedene bisherige Leistungen bündeln, wie den Kinderzuschlag, Leistung für Bildung und Teilhabe, Kindersofortzuschlag, aber auch den Kinderregelbedarf aus Bürgergeld und Sozialhilfe. Die Höhe der Leistung steht dabei nicht fest, sondern wird von Fall zu Fall individuell ermittelt. Familienministerin Lisa Paus sprach aber gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, kurz RND, davon, dass unter Berücksichtigung der bereits vereinbarten Erhöhung der Bürgergeldsätze der Höchstbetrag aus Kindergrundsicherung zukünftig insgesamt bei 530 Euro im Monat für jüngere Kinder und in der Spitze bei 636 Euro monatlich für ältere Kinder liegen wird. Ganz wichtig, das ist der Höchstbetrag für Kinder von Bürgergeldempfängern und keine pauschale Leistung, die alle kriegen. Das wird manchmal falsch dargestellt. Ebenfalls wichtig, der Kinderzusatzbetrag steht nicht nur Erwerbslosen, sondern besonders auch Familien mit geringem Einkommen zu und wird wie erwähnt individuell ermittelt. Anders als das Kindergeld soll der Zusatzbetrag an die Eltern gezahlt werden für im selben Haushalt lebende und verheiratete Kinder unter 25 Jahren, allerdings nur bei Erfüllung der Voraussetzung für den im Video erst genannten Garantiebetrag. Die Höhe des Zusatzbetrags in der Kindergrundsicherung hängt dabei wie erwähnt vom Einkommen der Eltern und dem Alter des Kindes ab und auch erhebliches Vermögen der Antragstellenden soll wohl dabei berücksichtigt werden. Ähnlich wie es jetzt ja auch schon bei gewissen Sozialleistungen ist. Der Vollersatz beinhaltet aber dann eine Kinderwohnkostenpauschale in Höhe von bis zu 150 Euro und eine Pauschale als Ersatz für die bereits erwähnten Leistungen zur Bildung und Teilhabe, die unverändert 15 Euro im Monat betragen soll. Eine Personengruppe, die aber finanziell definitiv besser gestellt werden soll und das ganz bewusst, sind erwerbstätige, alleinerziehende Personen. So soll Unterhaltseinkommen nicht mehr zu 100 Prozent angerechnet werden, sondern nur noch zwischen 45 bis 75 Prozent, je nach Höhe des Unterhalts. Diese verringerte und damit verbesserte Anrechnung wird allerdings ab dem Schuleintritt des Kindes daran geknüpft, dass der alleinerziehende Elternteil selbst erwerbstätig ist und damit einen Mindestverdienst von 600 Euro brutto monatlich erzielt. Ansonsten bleibt es bei der vollständigen Anrechnung. Insgesamt möchte man mit der neuen Kindergrundsicherung also 5,6 Millionen armutsbedrohte Kinder erreichen und mit den für das erste Jahr veranschlagten 2,4 Milliarden Euro finanziell unterstützen. Je nach Inanspruchnahme geht man aber auch schon für die Folgejahre von Mehrkosten in Höhe von bis zu 6 Milliarden Euro pro Jahr aus. Es gibt aber auch Kritik aus verschiedenen Richtungen an den Plänen, die jetzt beschlossen wurden, die unter anderem den hohen Verwaltungsaufwand und die damit verbundenen Kosten bemängeln. CDU-Chef Merz zum Beispiel sprach hierbei von rund 500 Millionen Euro an Verwaltungskosten. Das waren einige der wichtigsten Punkte zur Umwandlung des Kindergeldes und vieler anderer Leistungen zur neuen Kindergrundsicherung, auf die sich die Bundesregierung nun geeinigt hat. Im nächsten Schritt wird dieser im Bundestag beraten und die üblichen Sachverständigenrunden abgehalten und auch der Bundesrat muss nach dem Bundestag dann noch final zustimmen. Erstmalig ausgezahlt werden die Leistungen dann nach den jetzigen Plänen wohl ab 01.01.2025, wobei sich noch das eine oder andere Detail bis dahin ändern kann. Wir halten dich dazu, natürlich wie gewohnt auf dem Laufenden hier bei Finanznerd, also abonniere unbedingt unseren Kanal, um keine Videos mit aktuellen Finanzneuigkeiten, Steuertipps und rund um Aktien und Geldanlage mehr zu verpassen. Und wenn du magst, dann lass uns doch gerne einen Daumen nach oben da und teile das Video, denn es geht alle an und du unterstützt damit auch noch unseren Kanal. Vielen Dank und bis zum nächsten Video, dein Finanznerd Simon.